Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Reak, eurem Kanal zur geflächten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video möchte ich euch das Bodden-Keseritzky-Gambit vorstellen und zeigen, welche Varianten aus praktischer Sicht mit Weiß die besten sind und natürlich auch, wie man sich mit Schwarz gegen dieses Gambit verteidigt. Vorab noch ein kleiner Hinweis, für die Sie es nie mitbekommen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch in meinen Newsletter eintragen würdet, kommt ein, zwei Mal kostenlos im Monat heraus. Link findet ihr in der Videobeschreibung, um euch für den Newsletter anzumelden. Wie kommt man zum Bodden-Keseritzky-Gambit? Die Eröffnung beginnt mit E4, E5, sehr, sehr häufig. Hier gibt es zwei Zugfolgen. Ich empfehle die Zugfolge über Läufer C4, das ist das Läuferspiel. Ich komme später noch zu dem Grund. Läufer C4 und die meisten spielen jetzt Springer F6 hier. Es gibt natürlich auch viele Spieler, die jetzt Springer C6 spielen. Das sind die beiden Hauptzüge. Dann geht es wahrscheinlich weiter mit Springer F3 und man ist in der italienischen Partie. Aber nach Springer F6, was die meisten, was mehr Leute spielen, kommt man im Prinzip schon so gut wie rein. Nämlich Springer F3. Nach Springer F6 wird der Bauer E4 angegriffen. Wir decken den Bauer jetzt nicht, sondern bieten ein Bauernopfer an mit Springer F3 und sehr, sehr viele Spieler werden jetzt den Bauern sich schnappen. Das ist auch der beste Zug aus schwarzer Sicht, den Bauern zu schlagen. Man kann natürlich als Schwarzer sagen, okay, ich will das Gambit nicht spielen, dann spiele ich sowas wie Springer C6. Dann muss man allerdings mit sowas hier rechnen, Springer G5 und dann nach D5 ist man in der preußischen Partie. Dazu habe ich mal ein Video gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen. Aber es ist davon auszugehen, dass die meisten Leute Springer schlicht E4 spielen. Andere Züge sind unwahrscheinlich. Also Weiß greift ja auch den Bauern E5 an. Sowas wie D6 würde über Zukunftstellung in die Philidor-Verteidigung führen. Die gilt als etwas besser für Weiß. Ist aber ein ganz anderes Thema. Also D6 ist eher unwahrscheinlich. Und ja, gehen wir jetzt mal rein in Springer schlicht E4. Das ist so der wahrscheinlichste Zug. Und jetzt spielen wir hier Springer C3. Das ist die Grundstellung des Bodden-Kieseritzki-Gambits. Und das ist wirklich sehr gefährlich. Wie sollte Schwarz hier reagieren? Kommen wir gleich zu. Ich zeige euch nochmal die Zugfolge über die russische Partie. Man kann auch über Springer F3, Springer F6, Läufer C4, das ist russisch, Läufer C4 reinkommen in dieses Bodden-Kieseritzki-Gambit. Aber das Problem ist, dass nach zweitens Springer F3 Schwarz in der Regel Springer C6 spielt. Mit deutlichem Abstand vor Springer F6 oder D6. Deswegen empfehle ich halt die Zugfolge über das Läufer-Spiel, Läufer C4. Im Übrigen werde ich zum Läufer-Spiel auch ein Video veröffentlichen, damit das als Gesamtpaket dann für euch als Weißspieler ein kleines Repertoire ergibt. Gehen wir jetzt aber mal rein in Springer F6, Springer F3, Springer schlicht E4, Springer C3. Das ist hier, wir haben jetzt hier einen Bauern geopfert, greifen den Springer an auf E4. Ja, was ist das wahrscheinlichste Szenario hier? Das mit Abstand wahrscheinlichste Szenario, denke ich, ist, dass Schwarz hier auf C3 nimmt. Das ist auch der logische Zug. Schauen wir uns aber kurz andere Züge an. Springer F6 zum Beispiel. Kann man spielen. Dann gibt Schwarz den Bauern zurück. Springer schlicht E5. Hier muss Schwarz D5 spielen, was sehr logisch ist. Greift den Läufer an. Den Läufer ziehen wir zurück nach B3. Und das ist eine ausgeglichene Stellung. Man spielt D4, kurz Rochade und eine normale Partie. Statt Springer schlicht C3. Was gibt es noch? Es gibt den Zug Springer C6 hier. Das ist aber unwahrscheinlich, dass jemand so spielt, weil er vorübergehend hier den Springer opfert. Springer schlicht E4. Schwarz bekommt aber die Figur zurück mit D5. Läufer D3, D schlicht E4, Läufer schlicht E4. Das ist eine bekannte Variante, die über das Vier-Springer-Spiel normalerweise entsteht. Die ist ausgeglichen, die Stellung. Läufer D6, Rochade, Rochade und so weiter. Turm E1 und wir haben eine Schachpartie. Aber ich denke, nach Springer C3 das wahrscheinlichste Szenario. Und es gibt 41.000 Partien auf Leachers. Entschuldigung, es gibt 26.000 Partien auf Leachers. Springer schlicht C3. Jetzt vergleiche ich das auch immer wieder. Ich vergleiche natürlich auch immer mit den Zahlen auf Leachers, wie häufig werden die Varianten denn auch gespielt letztendlich in der Praxis. Natürlich nehmen wir jetzt hier mit dem D-Bauern wieder. Das ist die Stellung, die den Gambit-Freund erfreut. Weiß droht Springer G5. F7 attackieren oder auch den Bauern auf E5 schlagen. Und hier gibt es nur einen Zug, der Schwarz Vorteil sichert. Und viele Spieler kennen den. Aber viele machen hier auch schon einen Fehler. Und ich werde euch jetzt eine Variante zeigen, die praktisch wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Und ich werde euch eine Partie zeigen, auch aus der Großmeisterpraxis. Schwarz sollte jetzt hier den Zug F6 machen. Das ist natürlich ein Zug, den man sonst nicht so gerne spielt oder nicht so häufig spielt. Man sagt ja immer, fass den F-Bauern nicht an in der Eröffnung. Aber hier ist es tatsächlich der beste Zug konkret. A, weil es den Bauern E5 deckt und B, weil es das Feld G5 deckt. Der Springer kann nicht nach G5. Es kann natürlich passieren, dass hier Schwarz D6 spielt. So spielen sehr, sehr viele User auf Leachess. 5.200 Partien. Aber D6 ist schon ein ernsthafter Fehler. Dann kommt Springer G5. Schwarz kann den Bauern nicht vernünftig decken. Also beziehungsweise er kann ihn nicht vorziehen. Springer F7. Läufer E6 ist irgendwie der einzige Zug, der nicht irgendwie super viel Material verliert. Aber hier kommt Läufer schlicht E6, F schlicht E6, Dame F3. Und das sieht nicht gut aus. Es droht Dame F7, Schachmatt und Dame schlicht B7 mit Angriff auf den Turm. Also hier hat Weiß großen Vorteil. Also hier ist schon mal eine erste Stolperfalle. D6 wird sehr häufig gespielt. Ein weiterer Zug, der aber vernünftig ist, lautet C6 mit der Idee D5. Dann kommt natürlich Springer schlicht E5. D5. Dame E2. Versuchen. Ich werde euch jetzt immer zeigen, wie man den Gegner unter Druck setzt in dieser Variante. Läufer E7. Läufer D3. Ruchade, Ruchade. Ist eine ausgeglichene Stelle. Kann man spielen. Also C6 ist ein möglicher Zug. Statt. Ja, aber viel mehr Züge gibt es auch schon nicht aus schwarzer Sicht. F6 ist der logische Zug. Wird auch am meisten gespielt. 7800 Partien. Und hier gibt es zwei Wege für Weiß. Der erste ist, also die Engine zeigt hier Ruchade an als besten Zug, objektiv. Ich bin aber mit Ruchade nicht so zufrieden. Der Grund ist, schwarzer zu viele Möglichkeiten hier. Aus meiner Sicht die beste praktische Chance, und so wird auch meistens gespielt auf Leaches, ist Springer H4 sofort. Mit der Idee Dame H5 Schach und Belästigung des schwarzen Königs. Dame H5 ist natürlich eine riesen Drohung, weil G6 wird natürlich weggeschlagen mit dem Springer. Und ab hier ist das wirklich ein Minenfeld für schwarz. Schwarz hat zwei vernünftige Züge hier. Er spielt G6. G6 und verhindert Dame H5 Schach. Das ist der Hauptzug. Gucken wir aber nochmal kurz auf Dame E7. Das wird auch hin und wieder gespielt. Hier geht es weiter mit Springer F5. Schwarz muss jetzt Dame C5 spielen, den Läufer angreifen. Dame H5 Schach kommt natürlich G6, deswegen spielen wir Läufer B3. Und hier hat Weiß super viele schöne Züge. Läufer E3, Dame F3 hat eine schöne Initiative. Der beste Zug D5 hier. Allerdings dieser Zug ist schon schwierig zu finden. Wir nehmen den Bauern einfach weg. Wenn Läufer F5 kommt, kommt Läufer B7. Mit Gewinn des Turmes da hinten. Deswegen C6, Läufer E4. Und wir haben eine ausgeglichene Stellung, sagt die Engine. Aber mir gefällt das ganz gut für Weiß. Wir haben schon zwei Figuren im Spiel. Können schnell ruhieren. Läufer E3 ist eine Idee. Dame H5 eventuell, wenn der Springer da nicht steht. Objektiv ist das aber ausgeglichen. Kommen wir zur Hauptvariante zurück. G6 hier. G6 verhindert Dame H5. Und jetzt geht es aber interessant weiter. Und zwar F4. Wir attackieren den Bauern E5. Und F5 ist eine Idee, um den Bauern G6 zu attackieren. Das ist sehr schwierig hier. Hier muss Schwarz schon sehr genau spielen. Wenn Schwarz E schlicht F4 spielt, dann spielen wir Ruchade. Die E-Linie hat sich geöffnet. Und Turm E1 sieht schon sehr gefährlich aus hier. Und der Läufer auf C4 steht sehr gut und verhindert die Ruchade. Das ist super unangenehm. Dann gibt es Züge wie D6, die auch gespielt werden. Dann D6. Das ist aber ein Fehler, sagt die Engine, wegen F5. Dann ist G6 angegriffen. Und ja, das Problem ist, der Bauer darf nicht weg da. Weil ansonsten Dame H5 Schach verheerend ist. Und Schwarz kann den Bauern G6 auch nicht decken. Also D6 schlecht. Dann gibt es immer wieder dieses Motiv C6. Dann spielen wir F5. D5. F schlicht G6, sehr stark. D schlicht C4. Man opfert hier die Figur. Und jetzt kommt Dame H5. Es droht G7. Abzug Schach. Und hier muss Schwarz sehr, sehr stark, sehr, sehr genau spielen. Und zwar König D7. Das ist schon ein sehr schwieriger Zug. Also die meisten werden diesen Zug nicht finden. Der König muss weg. G schlicht H7. Es droht Springer G6. Dame E8 ist der logische Zug. Springer G6 greift den Turm an. Ist aber noch gefesselt. König C7. Es droht jetzt hier Dame D1 Schach zum Beispiel. Nebst gewinnt das Turm. Es ist deswegen König C7. Turm F1. Konkret der beste Zug. Läufer G7. Und jetzt G4. Ganz konkret. Ich habe natürlich die besten Züge rausgesucht, die die Engine anzeigt. G4 deckt die Dame. Und jetzt können wir den Turm schlagen. Der Turm kann auch nicht wirklich weg. Und das ist hier eine ausgeglichene Stellung letztendlich. Aber recht chaotisch auch mit dem König hier. Man spielt eine Partie Schach. Der beste Zug nach F4 ist Dame E7. Hier gibt es noch 1200 Partien auf Leaches. Es ist so, dass viele Leute, die diese Variante mit Schwarz spielen, die Variante auch kennen. Da sind dann auch diejenigen, die sich damit befasst haben. Weil häufig über die russische Verteidigung versuchen viele Leute dieses Gambit zu spielen. Also wenn ihr jemanden kennt, der immer russisch spielt, so Springer F3, Springer F6, dann könnt ihr das natürlich auch so spielen. Von der Zugfolge her. Wie gesagt, erwartet aber nicht, dass Schwarz hier Springer F6 spielt. In der Regel spielt Schwarz Springer C6. Okay. Gehen wir zurück zu unserer Variante. Dame E7 hier. F5. Spielen wir hier. Greifen den G6 an. Bester Zug. Und hier muss Schwarz vorsichtig sein. Was könnte hier der beste Zug sein für Schwarz? Wenn man das vorher noch nie gesehen hat, wird man sich jetzt wundern. Der lautet Dame G7. Dame G7 deckt den Bauern G6. Und Schwarz droht C6 D5. Letztendlich, wenn Schwarz zu C6 D5 kommt, ohne dass Weiß irgendeine Initiative hat, dann hat er einfach einen glatten Meerbau und steht deutlich besser. Gehen wir kurz zurück zu dieser Stellung. Was passiert, wenn Schwarz G5 macht? Das ist die Alternative. Dann kommt Dame H5 Schacht. König D8. Und jetzt wunderschön Springer G6. Der Bauer ist gefesselt. Deswegen Dame E8. Gegenfesselung. Und jetzt ganz konkret, und das müsst ihr wissen, Läufer E2. Wir decken die Dame. Und drohen Springer schlicht H8. Der Turm muss weg. Dame schlicht H7. Turm G7. Dame H8. Und Weiß steht auf Gewinn hier. Der Läufer kann nicht ziehen, weil er muss den Turm decken. Deswegen Turm F7. Und jetzt Läufer C4. Greift den Turm an. Und wird diesen Turm schlagen gleich. Und der Läufer hängt dann auch hier. Und Weiß gewinnt hier. Schöne Variante. Also G5 wieder ein Stolperstein für Schwarz. Wo er direkt in die Niederlage schlittert. Dame G7. Bester Zug. So. Wenn Schwarz es bis hierhin kennt, dann ist das schon ziemlich gut. Aber wir haben noch ein paar Pfeile im Köcher. Und die zeige ich euch. F schlicht G6. H schlicht G6. Und hier Dame G4. Angriff auf den Bauern G6. Hier gibt es noch 149 Partien auf Liches. Und jetzt werde ich euch eine Großmeisterpartie zeigen. Aus dem Jahr 1992. Sergej Rublevski spielte das mit Weiß. Ein sehr starker Großmeister. Mit Schwarz immerhin ein Spieler mit einer Elozahl von 2350. Und wir reden hier von einer klassischen Partie mit klassischer Bedenkzahl. Nach Dame G4. Auch hier G5 ist ein ungenauer Zug. Wegen Springer F5. Dame G6. Und hier Läufer D3. Es droht Springer D6 Abzugsschach. Die Dame muss zurück. Hier können wir, wenn wir wollen, mit Läufer C4 die Züge wiederholen. Und stehen hervorragend. Problem ist, D5 geht hier nicht wegen Springer D6. Und wir gewinnen hier Haus und Hof. Deswegen müsste Schwarz zurück nach G6. Wir können aber auch in dieser Stellung hier Springer E3 ziehen. Ne, Moment, Entschuldigung. Läufer D3, Dame G8. Springer E3. Das geht auch, wenn wir keine Zugwiederholung wollen. Das heißt, hier sitzt Weiß am längeren Hebel. Also G5, Springer F5 und dann Läufer D3. Super Stellung für Weiß. Stattdessen, bester Zug, auch nicht einfach zu finden. König wegziehen. König D8. Deckt den Läufer, droht D5 mit Gewinn des Läufers auf C4. Aber der Bauer G6 hängt. Vorsicht, wir dürfen den Bauern auf G6 nicht nehmen. Springer G6 verliert wegen D5. Das Problem ist auch, der Springer ist gefesselt. Dame G6 verliert wegen Turmschlichter 4 einfach. Ein bisschen trivial. Aber wir spielen hier, bester Zug, Dame G3. Wir gehen einfach ein Feld zurück. Bedrohen jetzt den Bauern auf G6 mit dem Springer. Schwarz kann diesen Bauern nicht vernünftig decken. Turm H6 ist nicht möglich. Wegen Läufer Schlichter 6. Also G5, bester Zug. Springer F5 greift die Dame an. Die Dame muss jetzt nach G6 oder H7. H7 ist das bessere Feld. Dame G6 kommt einfach kurze Ruchade. Weiß hat schöne Kompensation. Zumal wir auch dieses tolle Feld für den Springer hier haben. Dame H7, bester Zug. Auch um auf der H-Linie Druck zu machen. Und jetzt spielen wir hier, objektiv nicht der beste Zug. Objektiv möchte die Engine zurückgehen. Springer E3, aber nach D6 steht Schwarz besser. Deutlich mehr Probleme stellt Ruchade. Und hier muss Schwarz schon wirklich ein sehr starker Spieler sein, um den besten Zug zu finden oder die besten Züge zu machen. D5 lautet der beste Zug. Diesen Bauern zu opfern. Wir nehmen hier raus. Läufer Schlicht D5. Läufer Schlicht F5. Läufer Schlicht B7. Es sieht so aus, als ob Schwarz Unsinn gespielt hätte. Aber es folgt Läufer E4. Läufer E4. Dame E4. Turmschlicht F6. Gefolgt von Läufer Schlicht G5. Die Engine sagt, dass Schwarz hier deutlich besser steht. Er hat eine Figur mehr. Aber ich sage, immerhin hat Weiß zwei Bauern und bekommt den G5 definitiv auch noch dazu. Und der König irrt irgendwo hier rum. Klar, Schwarz steht besser objektiv, weil er eine Figur mehr hat. Nur für zwei Bauern. Aber es ist noch eine Menge Spiel hier. Also das ist die beste Variante für Schwarz. Ich finde sie aber nicht so leicht. In dieser Partie, die ich euch zeige, und jetzt kommt was, eine richtig geile Variante. Gespielte Schwarz C6. Dieser Zug sieht super, super logisch aus. Mit der Idee D5. Angriff auf den Läufer. Super Zentrum aufbauen hier. Aber C6, glaubst du da nicht, ist ein Verlustzug. Völlig verrückt. Den sogar der Großmeister damals nicht sah. Der Großmeister spielte Läufer D3 damals und gewann die Partie auch kurze Zeit später. Ich zeige euch mal die Partie. D5. Springer D6. E4. Und hier Turmschlicht F6. Schöner Zug. Ed3. Läufer G5. Der schwarze König steht halt super schlecht. Läufer E7. Und hier Springer F7. Schach. Und er gab schon auf. Das ist echt witzig. Der Schwarz gab schon auf. Es folgt Turm H6 mit Gewinn des Turmes einfach. Eine schöne Kurzpartie. Aber gehen wir mal zurück hier nach C6. Und hier gibt es so einen schönen Gewinnzug. Den habe ich schon lange nicht mehr so einen geilen Gewinnzug gesehen. Ihr kommt da nicht drauf. Versucht den Gewinnzug hier mal zu sehen. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Das ist so ein cooler Zug. Zeigt Stockfisch 14 direkt an. Und zwar Springer H6. Was ist das? Was ist Springer H6 in aller Herrgotts Namen? Die Idee ist, ich zeige euch mal, wenn er mit dem Läufer nimmt auf H6, kommt Turmschlicht F6. Es droht Turmschlicht H6 gefolgt von Läufer schlicht G5. Läufer G7 habe ich kurz analysiert. Läufer G5. Läufer F6. Läufer F6. Schach. König C7. Läufer schlicht E5. Schach. Und das wird matt hier. König B6 ist ein schönes matt. Läufer C7. König C5. Dame E5. König C4. B3. Schach. Matt. Nur zu geil. Und wenn der König nach D8 geht, dann ist auch matt. Läufer C7. König E8. Dame E5. Dame E7. Okay, das ist offensichtlich. Dame H8. Dame F8. Turm E1. Auch Schach matt. Das könnte eine Partie sein aus einer Stellung aus dem 18. Jahrhundert. 19. Jahrhundert irgendwann. Romantische Stellung. Nach Springer H6 müssen wir natürlich noch Dame schlicht H6 prüfen. Hier gewinnt Turmschlicht F6. Dame schlicht F6. Läufer schlicht G5. Okay, gewinnen ist hier übertrieben, aber Weiß steht klar besser. Wir gewinnen hier die Dame. Und Schwarz hat ein bisschen Material für die Dame, aber er ist komplett unterentwickelt. Also. In dieser Partie gehen wir nochmal von vorne durch. E4, E5, Läufer C4, Springer F6. Springer F3. Springer schlicht E4. Springer C3. Das ist die Grundstellung des Bodden-Kiesewitzki-Gambits. Die meisten werden jetzt hier annehmen. Springer C3, D schlicht C3. F6. Und hier könnt ihr gerne mit der Leaches Datenbank auch Ruchade prüfen. Aber ich empfehle Springer H4, weil man dem Schwarzen hier eine Menge Probleme stellt. Praktische Probleme. Und ich bin mir sicher, dass die meisten das hier am Brett nicht finden. Es geht weiter mit G6, F4. Das ist die klassische Idee hier. Dame E7, F5, Dame G7. Schlagen auf G6, schlagen. Und jetzt Dame G4 hier. Und hier muss Schwarz einige richtig schwierige Züge finden. König D8. Dame G3. G5. Springer F5. Dame H7. Kurze Ruchade. D5 und Schwarz steht besser. Ist aber schwierig zu erkennen. Die Variante habe ich euch gezeigt. Stattdessen C6. Springer H6. Ein unglaublich schöner Gewinnzug. Ich beglückwünsche jetzt schon derjenigen von euch. Vielleicht werde ich es auch sein in einem meiner Streams, der so eine Partie gewinnen wird. Im Blitzen oder Rapid oder so. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, dieses Bond-Kieseritzky-Gambit. Entweder werde ich nach Springer F3, Springer F6, wenn irgendwelche Leute russisch oder Stafford-Gambit gegen mich spielen wollen, Läufer C4 auspacken und dann mal gucken, kennt ihr das Zeug. Oder halt auch mal das Läufer-Spiel auspacken. Und dann halt über Springer F6, Springer F3 versuchen da reinzukommen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Im Übrigen für diejenigen unter euch, die jetzt nach der PGN fragen, die ist den Patron. Patrons vorge... Na, die werde ich auf Patreon hochladen. Diejenigen, die mich auf Patreon unterstützen, die kommen auch noch zusätzlich in den Genuss der PGN. Mit vielen Hinweisen noch. Aber für diejenigen unter euch, die das Video schauen, die können natürlich auch die Züge sich einfach rausspielen, auf Liches eintragen, in eine Studie. Dann habt ihr die Züge auch. Das machen sehr, sehr viele Leute übrigens. Ich auch. Bei anderen Sachen. Alles klar, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Borden Kieseritz ging ja mit. Aus meiner Sicht für Schnellpartien und Blitzpartien eine sehr gute Waffe. Sehr interessant. Kann man immer wieder mal spielen, weil es wirklich schwarz sehr, sehr genaue Spiele abverlangt. Im klassischen Schach würde ich eher die Finger davon lassen, aber man hat gesehen auch, ein Großmeister hat da mit 1992 einen 2,350er geschlagen. Überraschend. Ich war sehr überrascht, als ich diese Partie in der Datenbank gefunden habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an den Newsletter und an meine anderen Kanäle auf YouTube. The Big Greek Highlights und The Big Greek Shorts. Macht's gut.